Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ja, Marcel und ich, wir spielen sehr gerne World of Warships. Und es sind jetzt ein paar wirklich sehr, sehr schöne Folgen zusammengekommen. Und ich habe mir gedacht, ich lade jetzt einfach mal hoch. Vielleicht habt ihr Interesse dran und vielleicht gefällt es euch. Gleich vorweg, die Tonqualitäten sind nicht so gut, weil ich nicht mein Aufnahmesetup sozusagen laufen habe. beziehungsweise ich bin extrem laut und auch mein Spielsound ist sehr laut. Und Marcel wirkt da sehr, sehr leise. Ich werde das jetzt in Zukunft bei den nächsten Runden, es gibt jetzt drei Folgen, die so sind, werde ich da ein bisschen mehr darauf achten, dass es ein bisschen soundtechnisch besser ist. Und ja, aber es sind wirklich sehr schöne, drei sehr unterhaltsame Runden. Und ich lade jetzt ab und zu einfach mal hoch. Vielleicht habt ihr Interesse dran, wenn nicht, dann nicht. Aber ich fand die so unterhaltsam, dass ich euch die gerne zeigen wollte. Also nochmal sorry für den Ton und ja, viel Spaß. Bis denn, tschüss. tschüss. Ich? Ja. Dann fahre ich doch wieder davon. Was fährst du denn? Ich fahre jetzt gerade gemütliche 24 Knoten. Ja, ich kipp gerade, ich kipp gerade Vollgas. Und jetzt fahre ich noch schneller als du. Schießt ihr denn hin? Da kommt. Oh, da ist die Tipp jetzt. Ach du Scheiße. Oh, Zitadelle auf die Schotter-Tungsbums. Die hat nur noch Half-Life. Mich schießt keiner. Mich zielt nicht mal einer. Versuche halt die Dingsbums-Sätze aus dem Leben zu nehmen. Guck mal, der hat ja die gleiche Lackierung wie ich. Ich habe mehr Partner-Look. Die Colorado und ich. Oh, ich habe sie wieder getroffen. Ich habe sie nicht getroffen. Ich habe sie nicht getroffen. Oh, macht aber nichts. Die haben alle weniger Leben als ich. Da ist die Chance. Oh, die fährt schön quer. Alter wir haben gerade drei Schiffe von dem platt gemacht ich habe auch Zitadellentreffer gemacht ja auch bei der Schordens ja ich habe die erste 50% und 52% tot gemacht Teamwork würde ich sagen kein Problem drei Schiffe auf einem Schlag von den kaputt gemacht da hätte sie tippelt sie doch schon abgedreht um berg da packen du hier drei fliegen Colorado vor da vorne die mensch oh ich schieße mit sekundär drauf ich will schießen nein wer hat mir die geklaut ich gehe auf die tierpitz die kriegt von mir jetzt eine volle breitseite die treffen auch richtig gut kommt punkte 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 ich habe dahinter geschossen ich habe noch so weit weg die andere wird gerade im berg davor full speed ich sage mal der ein tierpitz hier vorne hallo ja ich auch ein bisschen 3000 aber nur schaden gemacht auf mich zieht keiner ein bisschen langsamer deswegen bist du so weit hinten das war jetzt schlecht geschossen oder rückwärts ja weil ich jetzt in der insel fahre ich will auf die tippe schießen wenn ich den berg davor habe kann ich das nicht ja könnte klappen ich habe es zwar getroffen aber die andere tierpitz ist auch halb schon tot ja die hat zwei torpedos gestoppt ja ich kann jetzt dann nehmen wir die hintere komm 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 drop down drops 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 ja ja nein die habe ich gar nicht getroffen überhaupt nicht getroffen komm hol sie dir wenigstens jetzt ja gut ja da muss ich noch ein bisschen machen da muss ich wieder schießen kann du solltest wieder vor ich stelle das ist meine kugeln die roter kommen ich habe zu 5000er wie abgezogen ich schieß nochmal vier hin oh die sehen gut aus die sehen gut aus nein ja meine kugeln die da fliegen nein achso ich habe keine streuung wenn die jetzt sich nicht die kurs nicht erinnert treffe ich ja ja hast du auch ihren torpedos getroffen keine ahnung was ich habe nicht darauf geachtet ich habe gerade eben die entwicklung getroffen ist gut die treffen nicht so viel streuung schade es hätte vielleicht mein kill werden können aber wir können jetzt mal abdrehen ja naja aber ich fahre da ein bisschen dichter ran hat oder hinten ist die molenz oder mojoko da nichts getroffen hier wird verschwinden gerade ich sehe sie noch und schon nach 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 wo kommt denn jetzt die chattings bums mit full life hat die haben die haben krieg nicht teilgenommen oder jetzt machen wir uns hinter der treffer oder ein treffen sie hat angst jetzt gesehen was da kommt es wird noch angst haben unser magier genau getroffen zitadelle zitadelle er macht das ich will mir die mut kommen wir die mutter gibt mir die mutter 2000 punkte jetzt schon richtig viel schaden gemacht aber wieder nichts versenkt ich 60.000 jetzt mal die mut platt kommt das alles meine kugeln da zitadelle habe ich aber es hat nicht gereicht jetzt wird die torpedos alles klar kommt das sind meine meine kugeln sind erst da meine sitze erst da kommt schon ja ein bisschen dichter dran war ja klar das ist die tippe zur vorne scheiß drauf der schießt die mal jetzt kaputt habe ich kaputt gemacht das kann weiterfahren die werden wahrscheinlich gar nicht mehr sehen weil wir bis dahin an punkten gewonnen haben kann gut möglich sein muss aber nicht weil jetzt kommt flugzeug dahin dann sehen wir die gleiche ich weiße doch ich schieße ich schieße auch ich treffe auch und tschüss ich fahre einfach den kurs weiter nein oh ja die hat uns torpedos gedrückt das weiß ich bestimmt moin komm ich kann jetzt gleich schießen also wenn du sie jetzt nicht platt machst mach ich sie jetzt platt dann habe ich drei kills gewonnen das ist eine geile runde willkommen auf youtube danke meine freunde fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen das war eine richtig nice runde 91.000 schaden richtig cool super gut ja Marcel dein statement das war wunderschön ja sehr cool alles klar meine freunde danke fürs zuschauen und würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis denn haut rein ciao bleiben ein denn und wir haben und wir melt nos ff